Hallo meine Pizza-Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich kann ich auch sagen zu meinem vorletzten Video. Denn ich muss über etwas reden, was wahrscheinlich ein Schlag für euch ist. Denn es werden wahrscheinlich keine Videos mehr kommen, keine Livestreams und keine Animationen mehr kommen. Das liegt daran, dass ein PC meint, er sollte ja sozusagen Stress machen. Und ja, das macht er auch und ja, der funktioniert jetzt nicht so, wie der funktionieren sollte. Und sozusagen, der funktioniert jetzt gar nicht mehr. Der startet nicht mehr und der macht einfach überhaupt nichts mehr. Mein Bruder und ich haben schon nachgeguckt, ob da vielleicht was kaputt ist. Also mein Bruder hat gemeint, dass alles in Ordnung sei, sodass da nichts kaputt ist. Und deswegen wird es wahrscheinlich sein, dass ihr jetzt warten müsst, bis ich nur ein PC habe. Und das wird wahrscheinlich Jahre dauern. Weil ich werde ein PC von meinem eigenen Taschengeld holen. Und das wird dann lange dauern. Ich hoffe mal, dass ihr mir nicht böse seid oder sowas. Und ich kann es nur halt nicht ändern. Und ich weiß, dass das vielleicht euch... Manche von euch freuen sich vielleicht. Ich weiß nicht. Also, ich kenne ein paar Leute, die werden sich wahrscheinlich drüber freuen. Dass keine Videos mehr kommen. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die sind wahrscheinlich sehr traurig darüber. Und... Tja... Ich glaube, für die Leute, die meine Videos eigentlich lieben und sowas... Für die... Wird das ein harter Schlag sein. Tja... Eins müsst ihr wissen. Einer Pilsami, ich hab euch immer lieb. Ich werde euch nie vergessen. Jetzt... Sehen wir uns wahrscheinlich noch ein paar Jahren wieder. Oder... Wenn ich es hinbekomme, vielleicht morgen noch... Zu einem anderen Video, wo ich es ausführlich erkläre. Was wahrscheinlich über 25 Minuten geht, wenn ich es ausführlich erkläre. Tja... Ich weiß nicht. Vielleicht enttane ich mich ja auch morgen. Wer weiß. Ja... Dann... Woll ich mal sagen... Mein Pizzami... Hab noch einen schönen Tag und... Tschüss, mein Pizza-Freund. Bis morgen. Scheiße. Ich kann nicht ernst bleiben. Fuck my life. Leute, das war nur ein April-Scherz. Okay? 1. April. 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 Scheiße. Ich bin ihm seins verkackt. Morgen... Animation. Keine Angst, Leute. Mit meinem PC ist alles in Ordnung. Hoffe ich. Äh... Es ist nur noch frisch jetzt. Okay? Wahrscheinlich... Die meisten haben vielleicht schon angefangen zu weinen und so was. Und dann komme ich nur so um die Kuppe. April. April. Sorry, Leute. Ich muss mal einen Joke raushauen, ne? Ich glaube, ich wurde heute auch schon verarscht. Wisst ihr? Ich komme so von der Schule nach Hause. Und dann steht nur auf meinem Handy das hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Vielleicht ist es sogar spiegelverkehrt für euch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da steht TikTok-Benachrichtigung. Ann Walker folgt dir jetzt. Okay. Ey. Ich dachte mir jetzt so... What the fuck? Das kann doch nicht sein. Ich dachte, der ist so wirklich so... Achtmalig scheiße. Ist der... Ist der das jetzt wirklich? Dann bin ich auf seinen Account gegangen. Ich könnte jetzt was sagen. Einfach knallst mir lieber was. Wird es geil sein, dass dieses Video gesperrt wird. Wegen Hassred. Auf jeden Fall. Das war... Ein Junge. Ein Junge... 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 Ein Junge war das. Der... Ja... Ann Walker Merch anhatte und sowas. Manche von euch haben sogar gesagt, dass sie Ann Walker seien. Sehe nicht aus wie er! Ganz ehrlich mal Leute! Sehe nicht aus wie er! Ganz ehrlich jetzt mal! Ich glaube eher weniger, dass Ann Walker lange Haare hat, ne? Auf jeden Fall... Ja... Das war er nicht auf TikTok. Deswegen denke ich so... Hm... Wird ich vergraben? Äh... Ich hab als Essen sozusagen ein Herzkasper erlitten! Ich dachte nur so... Scheiße! Ich darf nicht so viel... Schimpf mir das rein! Scheiße! Schau wieder! Junge! Ey das... Das wird so das Beschissenste wie hier von allen werden! Also Leute! Ihr braucht keine Angst haben! Mein Kanal wird nicht tot sein! Also mein... Ähm... Computer... Der läuft... Ist alles in Ordnung? Hoffe ich zumindest! Ähm... Alles gut! Also... Morgen kommt ne Animation! Weil... Morgen hat eine gute Freundin von mir Geburtstag! Und deswegen wird's... Ähm... Morgen in der Animation bei sein! Und... Ja... Ja... Wir sehen! Keine Angst! Es ist nur ein April Schatz gewesen! Also... Habt noch einen schönen Tag! Und... Jetzt bin ich mal! Tschüss meine Pizza Freunde! Bis morgen zur Animation! Bis morgen zum Livestream! Kein Plan! Tschüss!